Sollte eigentlich ein Klack sein. Jetzt sind die Spinnen wieder weg. Also die Spinnenweben hier sind jetzt wieder weg. Das heißt es gibt keine Spinnen mehr. Nice. Aber dafür andere Gestalten. Wow. Einfach noch so das Ventil. Ich muss die Empfindlichkeit dann beim nächsten Mal runterstellen. Das ist echt ein bisschen zu stark. Hallo? Hallo? So. Und Nummer zwei erledigt. Kommen der zweiten in den Streich. Vorher sind der dritsten zugleich. Oh, da könnten die aber alle ganz schön reinklettern, ne? Sieht nicht so irrsinnig aus. Da, blinkt irgendwas? Ach ja, da fehlen die Manuskripte. Was gab's denn? 40 Manuskriptseiten erfolgt. Combat Shuttle. Wow. Wir erkunden die ganze Karte gerade. Konnten nirgendwo rein oder hin oder irgendwas Bedeutendes machen. Machen wir eine Mission. Können wir überall hin oder müssen wieder überall hin, wo wir rein eben schon mal waren. Okay. Ach. Ach, ich se kackt durchs. Dann öffnen wir mal die Nummer drei und schauen uns mal an, was passiert. Oh. Ist das Mr. Scratch? Wow. Okay, das Auto nimmt das als nächstes wahrscheinlich. Oder auch nicht. Hä? Ah. Wow. Nice. Frech. Demnächst werden wir auch mal ein bisschen mit den anderen Sachen arbeiten, aber ich möchte mich aus dem Fenster lehnen. So. Na, Dr. Meadows. Noch anwesend unter den Lebenden, unter den Freundlichen. Unter den Nichtbenutzten. Die Taschenlampe ist hier drin aktiv. Die Taschenlampe geht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass sie uns glücklich sind mit unserer Erfolg. Schau. Sie haben einen Weg in gefunden. Äh. Oh Gott. Weggeschnitzt ist. Nein. Oh. Nein. Nein! Komm schon. So und. Oh. Das war jetzt so schwer. Alter, komm mal, Mädchen. Wow! Ich brauch Munition. Das war mega heftig. Hm, ist doch zu. Hä, ist doch zu. Wie kann sie da durchgucken? Ist das eine Hexie? Ist das eine Hexie? Da fahr mal ein Schacht hier hoch. Jetzt geht die Taschenabend durchführen nicht. Oh, Hallöchen. Oh, ja. Es kommt in laut und klar. Es ist unglaublich. Ich bin nicht sicher, was es ist, nicht nur, woher es kommt. Aber es ist interaktiert mit unserem System, wie es für uns war. Aber ich verstehe nicht, wie das könnte. Vielleicht ist das nur so, wie die Geschichte geht. Was? Nichts. Ist da eine Art, wie ich es hören kann? Oder wie es das sein soll? Ich denke, das Signal ist nicht komplett. Aber du solltest es jetzt bekommen. Was meinen Sie mit unvollständig? Was haben Sie einmal mehr gesehen? Meine kleine Schönheit. So, was ist in the sky? Es macht keinen Sinn. Die Stärken sind einfach... Sie sind falsch. Ich dachte, ich könnte etwas sehen. Aber es ist wie ich in der Sky, das ist einfach... Es ist nicht der Wunschluss. Aber das ist unmöglich. Ich finde mich ein rationaler Mann, Doktor. Aber das ist nicht etwas, das du mitnehmen kannst oder erklären kannst. Ich habe nicht unmögliche Dinge gesehen, die mir nur mit einigen Pfeifen geholfen haben. Es ist sowas oder es ist total verrückt. Ich finde es unkürzend, dass du so aus einer großen Erfahrung sprichst. So, und Madame, wenn ich mehr mit uns reden, den Signalausdruck holen. Den finden wir... Den finden wir hier. Ein Schrauch von einem Signal. Es, auch eine Wehmeinung, die von der Schämpfung der Lichter entwickelt. In ihren Worten, erinnert eine neue Realität. Aber es ist nicht komplett. Und trotzdem, es gibt eine Roadmap, für den Mann zu folgen. Ein Kurs, der ihn will zu einem Ort, wo er sich mit seinen Enem befinden. Das Autokino von Nightsprings, Arizona. Das Autokino von Nightsprings, Arizona. Das ist unsere Art und Weise. Wieder durch Gebüsche rennen. Naja, da kommt wieder Sandsturm. Das ist unsignalisiert, dass wir nicht weiter rausgehen dürfen. Sonst werden wir durch das Spielsystem eliminiert. Denke ich mal, dass das so ist. Das sieht aber auch geil aus. Oh. Eigentlich müsste da unser Schatten sein. Ach nee. Ich höre eine Stimme. Ich höre eine verwirrte Stimme, die sie mit sich selber redet. Hier haben wir ein Auto. Abgeschlossen. So ein Autokino wäre auch cool. Eigentlich sieht das voll schön aus, ne? Hier so langzufahren. Dann da Autokino. Das ist die Leinwand für das Autokino. Da steht einer. Ne. Da ein Haus. Wo wir später wahrscheinlich reinkommen können. Und da ist unsere erste Manuskriptseite, die wir natürlich jetzt erstmal holen werden. Lauf, 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 mein Freund. Oh. Hey. Natürlich kriegt's das nicht mit. Manuskript Nummer 5. Hey Mannuskript Nummer 5. Bright Falls. Das ist sehr schön, dass mich das Spiel unterstützt mit dem Lesen. Oh, ich hab irgendwas hier verjascht. Gerade irgendwas weggejascht. Wir müssen da irgendwie... Wir müssen da irgendwie... Ah. Oh, es ist dich. Hm, das ist fantastisch. Sind du okay? Geh weg. Nein, ich will dich. Aber du wirst dich schmerzen, wenn du hier bist. Also, du musst gehen. Oh, du weißt, dass ich das, was du willst. Okay. 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 Was geht dir vor? So, eine heiße Lady will ich auf uns, natürlich auf Mr. Scratch. Man sieht hier überall die dunklen Schatten. Sie ist besessen und werden sie demnächst befreien. Okay. Okay. So, let's go. Vielen Dank.